so liebe moped freunde ich habe die mesh 50 zwei jahre lang gehabt ich habe sie 2000 kilometer gefahren und war mit einer der ersten quasi der sie überhaupt bekommen hat nachdem sie raus kommen sie war wenige monate erst überhaupt auf dem markt dann habe ich sie mir geholt ich habe quasi die katze im sack gekauft aber warum habe ich mir das angetan ganz einfach weil ich wollte keinen roller haben ich wollte in der stadt ein moped haben das schön aussieht womit man schalten kann und das neue ist vor allem wenn man sich auf dem markt mal umguckt was es dafür schöne alte moped gibt kreidler zünder unbezahlbar und man muss schrauben können das wollte ich alles nicht ich wollte keinen stress mit diesem moped haben deswegen neu und bin somit auf die mesh gestoßen das krasse ist es gibt nichts anderes es gibt auf dem markt fast nichts als alternative zu diesem moped warum weiß ich nicht ich finde es einfach total schade dass inzwischen nur noch irgendwelche schäbigen roller rum düsen und einen ekelhaften sound veranstalten mag zwar irgendwie praktisch sein aber ist einfach nicht stilvoll deswegen habe ich mich danach umgeschaut und bin bei mesh finde geworden mal ganz kurz vorab zu ein paar statistiken zu diesem moped es hat 50 kubik also es ist mit dem kleinen nummernschild fahrbar ohne probleme es hat 2,8 ps circa es fährt 45 kilometer pro stunde mehr darf es einfach auch nicht fahren es ist ungefähr zwei meter lang ein meter ziehen hoch und wirkt wiegt um die 100 kilo je nachdem wie viel sprit natürlich dran ist drin ist genau vorne scheibenbremse hinten der trommelbremse und der verbrauch wird mit 1,8 litern online angegeben das kann ich aber auf jeden fall nicht bestätigen bei mir waren es ungefähr drei liter der tank hat zwölf liter inhalt also damit kommt man schon mal relativ weit muss nicht so häufig tagen das ist schon ganz gut und die sitzhöhe liegt bei 78 zentimeter so mal allgemein gesprochen würde ich mir das moped wieder kaufen jein aber warum das erkläre ich gleich erstmal ganz ganz allgemein das design ich finde es unglaublich gelungen das ist total stimmig wie sich hier die farben und einfach auch die teile ineinander greifen und auch irgendwie verarbeitet sind das passt einfach alles also da hat man nicht das gefühl dass da ein fremdkörper irgendwie an diesem moped ist die schwünge laufen schön ineinander über und einfach es sitzt einfach alles da wo es sein soll das finde ich erstmal ist großartig gelungen da gibt es momentan auf dem markt fast nichts was dem irgendwie das wasser reichen kann geschweige denn auch irgendwelche größeren schwestermodelle von mesh oder anderen herstellern wie triumph oder sonstwas ich finde das unglaublich schön gelungen was der mesh mit der mesh 50 auf den markt gebracht hat genau also ich meine der tank ist schön geschwungen die sitzbank die hat den höcker hinten das finde ich passt auch wunderbar mit rein gerade bei dem bisschen kleineren modell hat natürlich den nachteil dass man nicht ideal zu zweit drauf sitzen kann aber es geht also wenn man nicht gerade super dick ist kann man mal da einfach keine fahrten auch zu zweit machen aber ich sage schon mal vorab es ist nicht ideal aber wenn man die meiste zeit alleine fährt dann ist dieser höcker eigentlich auch ganz in ordnung der stört nicht und ist eigentlich auch ganz angenehm der sitzkomfort insgesamt ist ganz gut also ich habe nie mein hintern irgendwie komplett platt gesessen und ich fand eigentlich auch die sitzbank ist natürlich kunststoff verarbeitet aber eigentlich also hat bei mir keinen risk gehabt in den zwei jahren oder irgendwas da kann ich nicht meckern genau das fahrwerk ich finde das fahrwerk ist unglaublich gut gelungen es federt schön man hat eine unglaublich gute kontrolle über das moped natürlich sind hier keine 100 ps verbaut so dass man irgendwie groß in gefahr kommen würde zu straucheln aber trotzdem ich hatte in den zwei jahren ich bin nicht ausgerutscht ich bin konnte randsteine hoch und runter fahren damit und hatte immer die volle kontrolle über das ganze moped der lenker ist relativ breit das geschmacksache aber das mag aber ich habe schon irgendwie das gefühl gehabt dass ich da auch einen besseren zugriff einfach auf das moped hatte und es besser einfach handeln konnte aber das fahrwerk ist großartig das design ist auch großartig was auch noch großartig ist und was es wahrscheinlich auch nichts vergleichbares aktuell gibt geschweige denn mit den ganzen rollern die irgendwo durch die gegend cruisen ist der sound des mopeds das kann man jetzt nicht hören aktuell aber da gibt es auch auf youtube zahlreiche soundproben von der mesh 50 die sind vielleicht auch nicht ideal weil man einfach weil ich finde es kommt bringt den sound einfach nicht rüber wie er einfach jetzt im raum klingt auf der weite aber er ist relativ satt dafür dass es nur ein kleines moped ist blubbert schön vor sich hin ist ganz angenehm dass es einfach musik in den ohren also das weiß ich nicht wie sie das mit diesem kleinen motor hinbekommen haben aber auf jeden fall ist der sound großartig die verarbeitungsqualität ja also man hat erstmal das gefühl wenn man das ganze anfasst und irgendwie die gegend eiert damit das ist schon in ordnung also es ist klar dass man von einem moped das in china gefertigt wurde zwar ein französischer hersteller mesh aber trotzdem das ist kein geheimnis dass es ein china moped ist ist das in ordnung das ist okay also man hat nicht das gefühl dass irgendwie gleich die dinge abbrechen und auch am lenker die ganzen knöpfe und schalter und so weiter und so fort das ist in ordnung das passt so weit aber wenn es dann irgendwie in den langzeit test geht dann merkt man schon dass es einfach keine europäische oder japanische qualität ist das merkt man vor allem am rost flugrost ging ganz schnell bei mir ich habe jetzt hier wie auf den bildern zu sehen schön wieder das immer wieder den flugräuf was weg poliert aber grad am auspuff und an den speichen kommt er sehr schnell das ist natürlich eine frage ob man das moped viel im regen draußen stehen lässt wenn ja dann ist das auf jeden fall nicht zu empfehlen bei diesem moped also in der garage oder einfach wo man es unterstellen kann wo es witterungsgeschützt ist einigermaßen ist es schon okay also damit kann man glaube ich arbeiten auch mittelfristig oder vielleicht auch langfristig aber wenn es jetzt irgendwie durch wind und wetter fährt und auch steht dann ist das glaube ich nicht schön weil dann hat man relativ schnell kein schönes moped mehr was irgendwie glänzt und blitzt sondern einfach nur eine rostbeule genau das soweit zur verarbeitung und zur qualität also ich meine das moped kostet ungefähr 2000 euro ich finde der preis ist in ordnung dafür man bekommt keine vespa oder was ähnliches oder man kommt natürlich bekommt natürlich irgendwelche schlechten roller vielleicht für das geld aber der preis geht in ordnung finde ich es ist natürlich ein stück weit ein kampfpreis aber ich finde es auch schwierig das zu vergleichen weil es einfach nichts vergleichbares gibt es gibt aus polen die romet die ähnlich vom design her sind aber wo man einfach auch von der verarbeitung nichts gutes hört ja dann kommen wir mal zum motor also wie gesagt 45 kmh 2,8 ps circa ja das ist natürlich nicht die welt ich habe mit diesem motor beziehungsweise mit der kraft des motors zwei probleme gehabt zum einen habe ich festgestellt dass auch wenn die tachonagelnadel bei knapp 50 irgendwo sich bewegt wenn das ding voll aufgedreht ist dann bin ich eigentlich bei einem realen test den habe ich halt irgendwie durchgeführt gerade mal bei 42 kmh gewesen und dann war schluss und 42 kmh auf der straße in der stadt ist schon sehr wenig also da hätte ich mir einfach natürlich gewünscht dass es mindestens die 45 ausreißt plus minus halt natürlich der toleranz die es noch gibt aber da war nicht viel zu machen was man natürlich machen kann ist die elektronische drehzahl drossel die da drin steckt einfach raus zu nehmen das habe ich auch mal ausprobiert auf dem parkplatz gelände und dann fährt das ding um die 70 das ist natürlich einfach viel zu viel damit darf man nicht fahren auf der straße das ist einfach zu heikel das ist zu schnell deswegen musste ich die einfach drin lassen aber so um die 50 kmh irgendwie was noch im toleranzbereich vielleicht wäre das ist irgendwie schwer zu realisieren mit diesem hoppet deswegen waren da die 42 die reellen 42 schon etwas wenig der motor mit 2,8 ps circa ja es ist okay für die straße und auch für für die stadt natürlich aber wenn man etwas schwerer vielleicht ist oder zu zweit drauf sitzt dann kommt man schon wirklich teilweise schwer vom fleck und damit meine ich vor allem jetzt nicht irgendwie in höheren geschwindigkeiten in anführungsstrichen sondern bei der bei der ampel bei der beschleunigung das ist echt schon etwas träge da hätte ich mir einfach noch ein ps oder so mehr gewünscht dass wir auch noch im legalen rahmen des kleinen mopets mit 50 kubik aber sind nun mal nur 2,8 ich weiß nicht ob da die neueren modelle vielleicht ein bisschen mehr zug haben aber das ist einfach der fall so was haben wir noch die schaltung viergang schaltung genial geiles kleines moppet mit viergang schaltung ist super dann hat da hat man spaß klar ist natürlich die variomatik von anderen mopets oder rollern vielleicht angenehmer aber ich hatte lust auf schalten mir hat das spaß gebracht deswegen wollte ich diese viergang schaltung unbedingt kleines gimmick am rande auf dem tacho wie man sehen kann gibt es eine mini kleine digitale anzeige das haben selbst moderne teure motorräder häufig nicht finde ich nett ist cool ist hilfreich warum nicht genau was bei meinem modell der fall war ist dass die schaltung vom ersten in den zweiten gang sehr ruckelig war da konnte man nicht wirklich weich schalten vom zweiten den dritten und vom dritten den vierten ging es wiederum wunderbar aber das war etwas hakelig weiß ich nicht ob sie das inzwischen verbessert haben gut möglich ich habe schon was gehört auch dass sie da was dran gedreht haben bei den neueren modellen 2018 2019 aber bei einem 2017 modell ist es einfach noch der fall und nun kommen wir schlussendlich zu einem punkt der hat mir auch der hat mich sehr gestört bei diesem moped schlussendlich und das war der kaltstart das heißt wenn es unter zehn grad hatte und ich bin damit tatsächlich auch im winter einfach die stadt gefahren dann hatte man echt teilweise mühe dieses ding anzuwerfen ich habe eigentlich immer den elektronischen start benutzt den kickstart nie der ist dran der bügel vom kickstart ist aber auch wirklich nicht wirklich gut zu kicken das habe ich ein paar mal ausprobiert habe es dann gleich wieder sein gelassen weil dann irgendwie dieser bügel dieser hebel vom kickstart einfach irgendwelche ging geflogen ist weil der so ein lockeres scharnier hat also das ist nicht zu empfehlen natürlich gut dass es ihn gibt falls mal die batterie ausfällt oder irgendwas aber ich habe ihn eigentlich nie gebrauchen können oder auch gebrochen wollen somit bleibt der elektronische start und wie gesagt wenn es warm ist und gerade einfach auf das moped eingefahren ist geht das recht gut und recht schnell aber ich habe auch als Laie keine besonders gute einstellung hinbekommen auch mit schocken nicht wo man im winter wenn es kalt ist wenn das ding wirklich kalt steht auch eine längere zeit man anwerfen kann also ich hatte es tatsächlich auch dass ich ihn über den winter mal mehrere wochen nicht gefahren habe da hatte ich dann echt mühe das teil überhaupt anzubekommen also davor sei man gewarnt ich weiß nicht ob das bei den neueren modellen immer noch der fall ist vielleicht haben sie da auch ein bisschen was dran gedreht und ein bastler kann da vielleicht irgendwie auch noch das eine oder andere daran schrauben was ich jetzt als Laie nicht kann aber das war auf jeden fall ein sehr limitierender und störender faktor zur bremse die bremse vorne die scheibenbremse ist top also die greift wirklich schön nicht zu krass stark aber also einigermaßen war ich aber trotzdem wenn man umso weiter rein drückt umso mehr kommt da und das kommt auch wirklich was also die ist top die bremse hingegen die hintere trommelbremse die kann man wirklich vernachlässigen da hätte ich wirklich mein ganzes gewicht drauf stemmen müssen damit da wirklich ordentlich was kommt deswegen habe ich fast nur einfach wirklich die vordere scheibenbremse benutzt also die hintere trommelbremse ist nicht gut gelungen die vordere dafür umso besser ja nun abschließend mein fazit als kaufempfehlung oder nicht wie gesagt es ist ein einmaliges teil es gibt momentan kaum was vergleichbares auf dem markt und das design der sound und das handling des mopeds sind großartig gelungen mich würde es freuen wenn der mash wirklich an den problemzonen noch ein bisschen was dran drehen würde weil dann wäre das einfach ein unglaublich legendäres moped was ich nur jedem ans herz legen kann so bleiben die wärmutstropfen einfach doch noch relativ ähm gravierend denn einfach die geringe kraft die schwache beschleunigung ähm der kaltstart und ähm die geringe geschwindigkeit von nur 42 km h sind einfach limitierende faktoren die nervig sind und einfach den fahrspaß im allgemeinen trüben trotzdem hat dieses moped das ich zwei jahre hatte ich habe es dann verkauft weil dieses moped mir so viel lust auf mehr gemacht hat und ich habe den motorrad führerschein dann gemacht ich habe es dann verkauft weil ich einfach mein größeres motorrad gekauft habe ähm ja es wie gesagt man leckt blut es wurde viel richtig gemacht einiges falsch schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet aber ich wollte jetzt mal hier in eine kaufempfehlung eingeschränkt ausstellen aber vielleicht hat sich ja inzwischen auch was geändert aber das ist mir trotzdem ein anliegen gewesen dass ich jetzt hier mal noch ein video mache mit einer rezension einer kritik weil es kaum was davon im internet zu finden gibt es gibt dieses modell ja nun mal noch nicht lange und ich bin damit 2000 kilometer gefahren also konnte ich schon wirklich relativ gut sagen was ich davon halte genau vielen dank fürs zuhören zuschauen und bis bald tschüss